Frauen raus aus den Lagern, alle Lager abschaffen! Women and children out of the hands, all hands are perfect. Close all hands, close all lagers. Okay, now we start to shout some slogans, as it was already suggested from our friends. Wir fangen jetzt an mit so'n paar Slogans, wie es bereits von einigen Freunden und Freundinnen vorgeschlagen wurde. Wir haben so kleine Parolenzettel gemacht. Tut uns leid, wir mussten Papier sparen und sie sind ein bisschen klein gedruckt. We made small papers with slogans. We are sorry, we needed to save a bit of paper, so they are really a bit small. But I'm sure we will manage, because many of them are known. Wir glauben aber, dass ich das schon hinkriege, weil viele von den Slogans auch bekannt sind. So, ja, some of the slogans. Lager! Lager! Abschiebe Lager! Jedes Lager! Ist ein Lager zu viel! Und, ähm, da steht noch so'n blauer Eimer, den kann gerne jemand als Traumel benutzen. Okay, nochmal. Lager! Lager! Abschiebe Lager! Jedes Lager ist ein Lager zu viel! Lager! Okay, let's, ähm, Stopp! 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 Abschiebe Stopp! 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 Abschiebe Stopp! 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 Abschiebe Stopp! 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 Abschiebe Stopp! Okay, jetzt machen wir mal was Englisches und danach kommt was Ferdisches, ja? C, 3, 9, C, 4! 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 C, 4! C, 4! C, 4! C, 4! C, 4! Das ist so fressig jetzt! Okay, gibt es jemand unsere persische Demomoderation? Ist leider noch nicht da! Also es wäre jetzt total toll, wenn jemand von euch quasi spricht und uns hier unterstützen könnte! Gibt es vielleicht jemand? Ah, super! Ja! Ähm, you want to introduce yourself? Möchtest du dich vorstellen? Ja! Maja! Ja! Neh! Ja! Also, ich habe es auch nicht verstanden. Macht aber auch nichts. Irgendjemand da draußen hat es bestimmt verstanden. Mag Bar Kamp? Ja? Mag Bar Kamp! 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 Das kann man auf dem Parolenzettel auch nachlesen, aber ich sage es nochmal kurz, es heißt Lager abschaffen. You can read it also on this wallpaper, but I'm just mentioning it, that means abolished Lager. Did you get it? Ja? Let us see it! Mag Bar Kamp! 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 Hat geklappt? Freiheit für Frauen! Freedom for Women! Sagen wir es nochmal? Oder habt ihr es schon drauf? Ja? Nochmal? Okay? Ja, nochmal. Once again, the same, because they want to learn it. Nochmal, weil es ist ja gut. Freiheit für Frauen! 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 Okay! Freiheit für Frauen! Sanho Colleges, come! Sanho Colleges, come! So, jetzt mal wieder was leichtes. Das war auch wahrleicht, klar. Say it loud and say it clear! Say it loud and say it clear! Okay, jetzt was ganz einfaches. Jetzt, was ganz einfaches. Jetzt, was so richtig scheiße ist. Und ihr ruft immer, abschaffen! Und jetzt wollen wir sagen, dass wir all diese Dinge wollen, dass wir arborisch sind. Und wir sagen, dass wir arborisch sind. Abschaffen! Lager! Abschaffen! Gerät! Controlen! Abschaffen! 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 Hahtless! Abschaffen! Abschaffen! Lasistimoses Abschaffen! teve eine starting porte! ziękuję! Harder! Abschaffen! Controlen! Abschâce net! Absch썹 vive! Abschaffen! Du'sst. Housewife Abschaffen! Vielen Dank.